Mein Name ist Raphael und ich vertrete heute hier das Team SportBench. SportBench ist eine Plattform, die Sportler, Ligaorganisatoren, Sponsoren und Fans zusammenbringt und den Amateursport zugänglich und sichtbar macht und somit frühzeitig interessant für Sponsoren. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tischtennisspieler bin und auf die SportBench Plattform komme, dann kann ich da zuerst mal meine Sportart auswählen und im nächsten Schritt werde ich dann gefragt, was ich jetzt hier eigentlich machen möchte, weil es gibt hier verschiedene Wege. Also zum einen kann ich einfach Matchpartner finden. Das funktioniert dann bei uns ganz ähnlich wie bei üblichen Dating Plattformen. Uns kann man dann eben dort statt vermeintliche Datingpartner zu liken Matchpartner herausfordern und wenn diese Herausforderung quasi von beiden Seiten kommt, dann könnt ihr schreiben und ausmachen wann und wo ihr gegeneinander spielt. Ihr könnt aber auch einer Liga beitreten, die über der Plattform veranstaltet wird und innerhalb dieser Liga in der Rangliste hoch und runter spielen. Wir haben zwei Modelle, mit denen wir Geld machen und der eine ist ein bisschen weiter gedacht. Das ist der Sportsponsoring Marktplatz, den wir irgendwann mal launchen wollen, wenn wir genügend User auf der Plattform haben. Und der soll zum einen Ligaorganisatoren mit Sponsoren zusammenbringen und zum anderen Sportler frühzeitig mit Sponsoren zusammenbringen. Und diese Sponsoren sind da einfach interessiert daran, sowas zu sponsern, weil das der Amateursport ist und sie dazu viel weniger Zugang haben, als sie zum professionellen Sport hätten. Vor allem die Sport Equipment Hersteller da einen Zugang zu diesem Amateursport Markt suchen.